geliebte freundchen geliebte freundinnen und geliebte freunde von kommunikationszentrum spitalau wir sind wieder da ja und heute möchte ich beginnen einmal bis zu rekapitulieren was wir bisher schon aufgenommen haben ja das hält sich ein bisschen in grenzen bis dato ja wir haben drei folgen aufgenommen folge 1 die kälte da haben wir gesundheitsthema raus aus der komfortzone rein in die kälte besprochen ist es für die heidano interessant dieses thema ja natürlich also begeben immer wieder nicht komfortzone rein durch duschen jetzt wird es natürlich mit dem baden immer gemütlicher immer mehr komfortzone mäßig aber kaltuschen ist nach wie vor dabei atmen mache ich wenig bis kaum aber diese gong übungen die 8 da wie im hof hat die kommen schon immer wieder vor bei mir über sofort das atmen dann wie es anscheinend der menschliche angewandte ist missbraucht und zu meiner droge gemacht und hat dann teilweise dreimal am tag hatten runden macht und dann ist auf jeden fall spannend also ich bin nach wie vor nicht durch durch diesen zehn wochen kurs den ich seit einem halben jahr mache und das eine echt geile sachen und vielleicht kommen wir noch mal in so woche drei oder vier glaube vier oder fünf muss ich noch machen so mit lichter sehen und meditieren und so da bin ich gespannt was da auf sich hat ja folge zwei buffo alvarius das war ja unser erlebnis was man gemacht haben ja wenn man da besprochen über fünf mehr dmt wo jetzt der mac tessen auf dem ispn channel oder wo wir das ja spn gesagt hat er das gemacht und es hat quasi für einfach wo es umdreht und es ist voll geil ja das war unglaublich dass man das sieht auf die spn dass er wirklich nicht bekannt ist ist network für für bahnbrechende denkweisen und freut mich extrem lustigerweise eben jetzt auch gleichzeitig in oakland legalisierung von ayahuasca philocybin dmt dem team allgemeinen ich glaube es ist alles freigestellt ist das ist nicht mehr unter strafe das heißt in oakland kann tatsächlich das legal machen immer sie wirklich weil er so absolut also wir sind jetzt lang sagen hinkommen wo die gesellschaft die psychi diellischen substanzen schon langsam wieder kennengelernt kriegt sozusagen und ja das war folge zwei und folge drei war über das buch von robert salzmann die 10.000 dinge wie schaut es da aus du bist du beim übersetzen ich bin beim übersetzen und ich habe tatsächlich jetzt einmal gescheite pause gebraucht weil ich verlauter waren wir den wollten und aber anders buch ist auch gelesen komplett von chido krishna murthy einbruch in die freiheit und jetzt langsam das hinzu übersetzung ja über das buch quasi vor der aufnahme nicht ganz fertig lesen gehabt und habe es dann noch der aufnahme von von unseren letzten podcast dann fertig lesen und in wochen danach echt festgestellt der inhalt von dem buch und das was mir darüber denkt das tut tatsächlich was mit meiner psyche ja also gerade ganz ganz viel aber glauben den in mein leben einbaut habe vielleicht sogar unbewusst oder unbewusst ja natürlich also man macht einfach irgendwelche denkstrukturen und die hinweise was mit dem buch eben ließ die deckendes auf das eigene denken dass man da eigentlich sich selber die ganze zeit aus trägt teilweise und fahrt voll gut ein bin bin nach wie vor in dem prozess drinnen dass ich quasi meine eigenen tricks kennenlernen die so stelle meiner psyche damit sie sich ein bisserl besser fühlt ja und ja und so sind wir eigentlich aber das thema kommen über das wir heute sprechen über das erwachsen sein genau das sind auf deutsch ist ein schönes phonetisches begriffs war erwachsen und erwachen und es ist nicht das gleiche stimmt sind unsere definition weil das wäre mir jetzt gleich feststellen das schauen wir uns heute mal an jemanden jemanden er ist du 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 ich du du Was nicht irrelevant ist, ist das Abschütteln unserer selbst auferlegten Schwächlichkeit und die Expansion in unser volles und rechtmäßiges Potenzial. Menschliches Erwachsensein. Dort beginnt alles. Ob es darum geht, dorthin zu gelangen oder darüber hinaus zu gehen, es gibt sonst nichts zu tun und nirgends hinzugehen. Das menschliche Erwachsensein ist der Schlüssel zu allem und wenn man auf der falschen Seite steht, ist alles andere egal. Das menschliche Erwachsensein ist das, wofür du kämpfen und beten sollst, deine Familie verlassen, dein Leben riskieren. Es gibt ernsthafte Arbeit zu tun und vielleicht liest du das, weil das die Sache ist, die du wirklich wissen willst. Dass es da was unglaublich Großartiges zu erreichen gibt und du kannst es wirklich erreichen. Und wenn es Religion braucht oder ein Zwölfschritte-Programm oder das Gefängnis oder ein gebrochenes Genick, um dich dorthin zu bringen, dann sind diese Dinge verdammt viel wichtiger als jedes Buch, das du jemals lesen könntest. Vergiss den spirituellen Quatsch. Wir haben alle Hände voll zu tun, um zu werden, wer und was wir wirklich sind und die allgegenwärtige Angst zu überwinden, die diesen natürlichen Prozess untergräbt. Das Erwachsensein ist keine hochgeistige spirituelle Errungenschaft. Es ist einfach eine normale Entwicklung, die von der Epidemie der Angst nicht beeinträchtigt wird. Es ist der Tod des Fleisches und die Geburt des Geistes. Und in einer gut angepassten Gesellschaft würden wir das alle in der Pubertät durchmachen. Es ist nicht spirituell oder religiös, philosophisch oder wissenschaftlich. Es ist nur unsere natürliche Entwicklung. Ungebrochen. Und dort ankommen ist nicht das Ende. Es ist lediglich der Anfang. Sehr schön. Das ist ein Zitat von Chad McKenna. Mir fällt das dazu ein, dass wir, wie in unserer Gesellschaft, so ein Element nicht haben, was in vielen anderen Gesellschaften tatsächlich fester Bestandteil ist im Leben von jedem Menschen. Und zwar ist das ein Initiationsritual. Das heißt, man erreicht eine gewisse Fruchtbarkeit vielleicht oder hat irgendwelche visionäre Zustände. Man hat ein gewisses Alter erreicht und man schickt dann quasi das Kind oder den unerwachsenen Menschen auf so eine Art Ritus, Initiationsritus. Und nach dem Ritus sagt man einfach, okay, ab jetzt hast du alle Werkzeuge in der Hand und du bist ein erwachsener Mensch. Und das fehlt bei uns. Ja, das ist möglicherweise auch deswegen so, weil das ja tatsächlich auch den Tod riskiert. Also zum Beispiel in Nomadenvölkern in der Wüste kann es ja sein, dass das Kind oder der Jugendliche seinen eigenen Weg finden muss. Und die Initiation besteht darin, dass es schafft. Und wenn man es nicht schafft, dann ist er tot. Aber wir sind in einer Schiene, wo man hingeleitet wird, in ein Fake-Erwachsensein. Also letztendlich totale Stabilität erreichen, also totale gute Noten machen an der Schule und sich schnell das Geld zusammensparen und sich gut behandeln mittels Ernährung. Und dann kommt man eine Situation, die total stabil ist. Und dann von dort sollte man das restliche Leben quasi als Erwachsener leben. Und für mich persönlich hat das dann schon angefangen mit, würde ich sagen, vielleicht 13, aber dann wirklich mit 16, 17, dass diese zwei Stränge so wirklich auseinander gingen. Also der, der von mir erwartet wird, vom Super-Ego, von Eltern, von Lehrern, von der Gesellschaft, dieser Strang. Und der Strang, wo mir schon bewusst war, dass das, was ich eigentlich bin, ist nicht dieser Charakter, der sich immer in mehr Stabilität entwickeln soll. Und das hat zum Beispiel wieder gespiegelt, also für mich ganz ein Schlüsselereignis ist, dass ich ein Zen-Buch gehabt habe, das mich total fasziniert hat, über das Malen, Zen-Malen. Und das hat mein Papa gegeben und er hat uns zurückgegeben und hat einfach gesagt, habe ich nicht verstanden. Und für mich hat das dann natürlich zu einer totalen Explosion geführt, also zunächst einmal totale Psychose und totales Elend, weil ich konnte ja quasi den vorgezeichneten Weg nicht einschreiten, nicht beschreiten. Also der wurde, das ist irgendwas in mir innerlich. Hat sich da gewährt. War vollkommen unmöglich. Ja, ich meine, das sind ja quasi eh die altbekannten Sachen, also Haus, Kind, Kegel oder wie sagt man da, Opfelbaumsetzen. Also all diese materialistischen Dinge, die man erreichen soll, um dann als Erwachsener zu gelten. Volljährigkeit ist auch so ein Begriff, dass man sagt, okay, jetzt bist du 18, damals waren wir 19, wenn wir volljährig geworden sind. Und jetzt stößt dir mal einfach dein Leben auf die eigenen Füße. Aber wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll, weil Materialismus ist sowieso bei uns im Überfluss da. Und wir wurschteln uns da irgendwie durch. Und ich bin jetzt 38 und ich habe eigentlich bis vor kurzem gar nicht checkt, was Erwachsen sein überhaupt sein soll. Für mich war das genauso als ein Mirakel. Und da habe ich eigentlich immer dagegen gewehrt und habe gesagt, fuck, Erwachsen sein, mich interessiert das nicht. Bis jetzt. Jetzt schon langsam nicht mehr, aber echt so quasi, wieso soll ich überhaupt erwachsen werden? Weil die bauen ja nur Scheiße, die Erwachsenen. So ist es mir immer vorkommen. Also ich bin mir immer so als Mensch vorkommen, der in der Erwachsenenwelt eigentlich zugrunde geht. Und erdrückt wird von diesen ganzen materiellen Dingen. Dabei ist eigentlich Erwachsensein was anderes. Und es gibt einige Leute, die haben das schon untersucht. Also ein scheinendes Beispiel, kann man das sagen? Ein strahlendes Beispiel ist, finde ich, Eric Byrne, der diese Transaktionsanalyse begründet hat mit dem Buch Games People Play. Also er hat eben festgestellt, dass in ganz, ganz viel oder fast allen Beziehungen zwischen Menschen Skripten vorhanden sind. Und diese Skripten sind hauptsächlich so gelagert, dass man entweder als Kind agiert oder als Eltern. Also entweder sagt man die Leute, was sie zum Tun haben oder man versteckt sich vor einer, man rebelliert gegen sie. Und diese ewige Spielerei ist letztendlich schmerzhaft. Und ein erwachsener Mensch würde eigentlich diese Skripten nicht brauchen und einfach mit sich selbst okay sein. Und das, wenn man mit sich selbst okay ist, das ist einfach, da ist die Hockung. Das ist das Erwachsen sein. Ja, das tut ja ein bisschen weh einfach, oder, das Leben? Wenn man sich einfach ehrlich ist, dann hat man einfach Zustände, die schmerzhaft sind, wo man darunter leidet. Und man versucht, das immer irgendwie wegzuschieben eigentlich und irgendwie zu heilen, diesen Schmerz, dieses Leid. Man geht meditieren, man nimmt ein Psychopharmaka, man macht eine Therapie, man flüchtet sich in eine Beziehung rein, die eine gewisse Geborgenheit bietet oder man hakelt voll aus einem, um einfach da zu stehen und vergisst eigentlich sein Leid dadurch. Aber wenn man einfach ganz ehrlich ist und einfach in sich reinschaut, dann ist dieses Leid, kommt das einfach immer wieder her. Und Erwachsensein heißt einfach, das zu umarmen, aus meiner Sicht jetzt einmal so, dass man sagt, okay, ich habe ein Leid, ich umarme das und ich gehe mit dem Leid einfach Stück für Stück weiter in dem Moment. Ja, also, das, was du sagst, unterschreibe ich und außerdem ist es für mich sehr stark ersichtlich im Projizieren auf andere Leute und Institutionen. Also, dass ich meine eigenen Probleme einfach nicht einmal wahrnehme und schon prophylaktisch quasi das wem anderen hinschiebe. Freunden, der Freundin, Arbeitgeber und zu sehen, dass diese dunkle Wolke eigentlich in mir selbst liegt und dass dieses Projizieren eigentlich überhaupt nichts bringt, weil die Wolke wird weiter da bleiben. Sie muss einfach verstanden werden und sie muss angenommen werden. Das ist halt in diesem ganzen, sagen wir mal, spirituellen Zirkus, mit dem wir uns auch viel befassen, mal was Konkretes eigentlich. Ja, also, es gibt von Jack Saturday, so stört sich mein Skriptum, da gibt es eine Folge von seinem Video-Podcast auf YouTube, The Past Serious Journalism, und da beschreibt er eine Methode, die ich eigentlich unbewusst im Alter von, ich schätze mal, das war in der Schule, so 18, 19, 20 habe ich das angewendet und habe mich hingesetzt und habe meine Probleme aufgeschrieben. Ich bin einfach hingesetzt, habe Gedanken, die mich gequält haben, zu Papier gebracht und habe somit quasi den Moment genützt, um quasi den Nicht-Moment, den man hat, indem man halt seine Gedanken in die Probleme ausbreitet, die in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft liegen und die aber eigentlich gar nicht existieren, habe ich einfach trotzdem konkretisiert und zu Papier gebracht und er beschreibt da quasi, dass man so ein Tool einfach kriegt und sagt, okay, ich tue das, was eigentlich unmöglich ist, formulieren, nämlich Probleme artikulieren, das aufschreiben und kann das somit einfach reflektieren. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, wie er das genau darlegt in diesem Video. Ja, also, ich weiß überhaupt nicht, wo dieser Typ herkommt, aber es ist wirklich geil, den findet man sonst nirgends im Internet, den hat einfach nur ein paar YouTube-Videos. Aber das verstehe ich nicht ganz, aber er sagt eben, man haftet ja auch an der Vergangenheit. Also, man kann immer noch sagen, also, das existiert nicht, die Vergangenheit und so, aber es gibt anscheinend irgendeinen Gedanken, der einfach eben dort einfach ist. Und durch dieses Rausbringen, also, dass man so einfach schreibt oder quasi einen wirklich ernsthaften Journalismus sozusagen betreibt, kann man das lockern. Und, also, wie das genau funktioniert, das wird dann dir selber überlassen bleiben. Aber es ist sicherlich wichtig, wirst du erkennen, was überhaupt, dass da irgendwas ist. Also, sonst wird das halt immer mitschwimmer. Ja, man stirbt dann seine ganzen Konditionierungen in dieses Denken auch noch mit rein. Und durch den Vorgang des Schreibens, der einfach ein Moment, also ein Akt im Moment ist, löse ich mich einfach weg. Ja. Und es entsteht einfach eine Handlung. Also, ich finde da das Audio von Gurdjieff, also über Gurdjieff, dass wir ja in die Beschreibung rein tun werden, ganz, ganz schön, weil da wird eben dargelegt, dass man Ende 20 zum Beispiel, oder mit Ende 30 oder sogar mit Ende 60, wenn man diese Hockung nicht macht, dann entweder ist man total innerlich tot und lebt nur noch automatisch durch seine Konditionierungen. Man weiß einfach, ich bin so ein Mensch und so ein Mensch, ich brauche unbedingt am Wochenende das Kino und ich brauche nach der Arbeit mein Joggen und also quasi, ich habe die und die Wege, wie ich mit Sachen umgehe und dann stirbst du einfach letztendlich vollkommen ab innerlich. Und das wird dann wahrscheinlich so die etablierte Gesellschaft sogar bezeichnen als Erwachsene. Aber das ist nicht wirklich die Fülle des Lebens. Und die andere Möglichkeit, die man hat, ist eben, es ist andauernd diese dunkle Sache, also ungelöste Sache aus der Vergangenheit, Ängste über die Gegenwart und Zukunft und das ist immer unten im Teppich und man ist einfach nur ein heilloses Durcheinander. Und was Gurdjieff, dieser relativ berühmte spirituelle Meister für Konzept entwickelt hat, ist Conscious Labor und Intentional Suffering. Also im Gegensatz dazu, was ich gerade beschrieben habe, dass man da wirklich einfach immer von der Arbeit heimkommt und am Wochenende das macht und sie einen Urlaub bucht und einfach nur das ganze Leben durchkategorisiert, kann man quasi eben wissentlich auf diesem Kern der Sache, das beschreibt er als Ei, als fettes Eidopter, das besteht aus deinen tierischen Instinkten, die alles betreffen, wie zum Beispiel Essen, Ficken, Schlafen, Schutz, aus deinen Ego-Geschichten, die hauptsächlich aus Kontrolle bestehen, Kontrolle über die jetzige Situation, über die Zukunft, Wettbewerb und aus Super-Ego-Elementen, also aus Sachen, die man machen soll, glaubt, machen soll ich oder nicht, machen soll ich, Schutz, ein Schuttenz, diesen fetten Ei-Dotter, den zu essen, das bedeutet Conscious Labor oder bewusste Arbeit. Das ist ja sowieso geil, also wie du das jetzt zum ersten Mal dargebracht hast, was man da vom Gurdjieff hört, dass man da einfach ein Ei-Dotter ist, da haben wir gedacht so, wie soll denn das gehen, wie kann ich mich selber auffressen, aber das ist eigentlich genau das, was man immer auch macht, wenn man jetzt seine Sachen aufschreibt, einfach oder einfach den Moment von dieser Vergangenheit, diesen ganzen Pein, den man hat, einfach wirklich ins Gesicht reinschaut und wirklich quasi in sich aufnimmt und dann aufgeht. Und was ich noch nicht ganz kapiere, ist quasi, wie hilft dann das dann eigentlich, also welcher Mechanismus, was ist dann eigentlich die Befreiung sozusagen, oder was ist da das Erwachsene dran, wenn ich das mache und dann nicht einfach das weggeschübe, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das Erwachsene dabei ist einfach eine Geradlinigkeit, eine Aufrichtigkeit und ich bin sehr froh, dass du eigentlich das irgendwie geil findest, weil es gibt ja viele Leute und mit denen habe ich auch Kontakt, die sagen halt, ja, mein, was ist schon mir da drin, das ist ja, da gibt es nicht viel zum holen, so das Scheiß, sitzt herum, jetzt fahrt, aber das stimmt ja nicht. Das, es wurdelt so extrem da drin und nachdem es da so viel wurdelt, haben wir so super kulturelle Massentechnik, um das total auszublenden, also komplett auszublenden. Und warum ist das nicht erwachsen? Wer wird dann ein Zombies oder letztendlich ein Kind? Ja, wenn man einfach quasi den Massen folgt eigentlich, oder? Und nicht individuell sehr eigenes Ding, ich meine, man besteht ja aus irgendeiner Eizell und ein Spermium, was da sich treffen und der Unique-DNA quasi für einen und diese Uniqueness, die möchte einfach rauskommen, die möchte einfach das Universum und das Leben irgendwie bereichern, möchte sie sogar fortpflanzen, diese ganzen Triebe, die wir haben. Und wenn man da die ganze Zeit sich mit irgendwas beschäftigt, was eh alle machen, dann wird das sicher nichts werden. Ich glaube, dass das das Erwachsensein ist, dass man dann einfach wirklich sich seinen tiefsten, innersten Sachen stellt und in unserer Gesellschaft oder wahrscheinlich in alle anderen Gesellschaften auch, ist man einfach irgendwann einmal bei einem Punkt, wo man einfach leidet. Und dieses Leid ist man eben selbst, man hat sich da selbst einig geführt, wie auch immer. Und durch das Anschauen von diesem Scheiß-Trick, den man mit sich führt, geht es einfach gescheit weiter wieder. Ja, und du kriegst dann Belohnungen. Was gibt es denn da? Da wird belohnt einfach. Also ganz ein einfaches Beispiel ist, finde ich, zum Beispiel, auf dem See zu stehen und einfach nur an die Vergangenheit zu denken und an die Sachen, die nimmer sind und diesen See nur zu betrachten im Kontext dieses Verlustes und dieses Schmerzes. Aber wenn das einmal durchgeschaut ist und woher dieser Schmerz kommt und was wirklich die Wurzel ist und wenn er wirklich in seiner ganzen Gewaltigkeit zugelassen wird, dann sich verabschiedt, kann man auf den See schauen, schweigend und in seiner ganzen Schönheit sehen. Und dieses Beispiel gilt für das ganze Leben. Du machst einfach die Hocken, diese schwere, schwere Hocken mit dir selber und du wirst dafür belohnt. Aber die Gesellschaft belohnt dich nicht. Das kann man nur selber. Vielleicht sogar im Gegenteil. Die würden eher sagen, komm, schraub dir wegen obi. Reste zusammen. Genau. Du warst gehackeln. Du bist ja für die Familie. Was bittest du hier schon? Wir haben ja unseren Chefkoch Robert Salzmann auch gefragt zu diesem Thema über das Erwachsensein und da hat er gleich ein Zitat gebracht vom vom Laotze. Das würde ich mir kurz gerne vorlesen. Was bittest du? Ich kann es auch gerne vorlesen. Es bittest du vor. The adept gives himself up to whatever the moment brings. He knows that he is going to die and he is nothing left to hold on to. No illusions in his mind. No resistances in his body. He doesn't think about his actions. They flow from the core of his being. He holds nothing back from life. Therefore, he is ready for death as a man is ready for sleep after a good day's work. Also da geht es quasi darum, dass der adept sich dem Moment komplett ergibt, dass er weiß, dass er sterben muss und er hat nichts, an dem er sich festhält. Keine Illusionen im Geist, keine Widerstände im Körper. Er denkt nicht nach über seine Aktionen, seine Handlungen, die fließen einfach vom Kern seines Wesens. Er hält nichts zurück und ist deswegen bereit für den Tod. So wie ein Mann bereit ist für den Schlaf nach einem guten Tag der Arbeit. Das ist für Robert Salzmann der Inbegriff des Erwachsenseins. Weil da musst du eben nicht mehr die ganze Zeit hacken. Du musst nicht die ganze Zeit irgendwas verteidigen, du musst nicht die ganze Zeit irgendwas projizieren, hoffen, dass die Umstände gut sind. Und wenn du wirklich eine schaust und es ist Ei, dann wird es frei. Du verstehst einfach alles. Du verstehst zum Beispiel warum masturbieren, warum Drogenmissbrauch, warum gewalttätige Sprache, warum kann ich nicht schlafen. Und man lernt zu verstehen, dass das alles alles da dieses Ei ist. Das ist ja geil mit dem Ei. Mir fällt jetzt ein, du hast mir gestern erzählt von einer Spinne und einem Spinnennetz und einer Fliege, die darin gefangen ist. Und du hast gesagt, dass quasi das Erwachsensein quasi der Switch ist von der Identifikation, wenn man davon hergeht, dass man sagt, okay, ich bin jetzt die Fliege, ich bin gefangen, ich möchte mich wehren, ich komme nicht raus, ich möchte das weggetan. Und Erwachsensein eben als Spinne. Und am Anfang habe ich mir gedacht, okay, eine Spinne, Predator, quasi der Räuber, wie passt das zusammen mit einem Erwachsensein, aber du hast mir dann erklärt, dass das Netz von der Spinne ja aus der Spinne selber raus kommt. Das heißt, man ist wirklich einfach quasi der, der was das Ganze erzeugt und man kann erstens mal das Netz auch wieder auffressen, das machen viel Spinnen und wenn jetzt irgendwas daherkommt, was sich da drin verfängt und ein Graburschtler erzeugt im Netz, dann muss ich nicht die Fliege sein, die sich da irgendwie versucht, herauszurutscheln, sondern ich kann einfach hingehen und das einfach fressen. Ich finde das echt geil. Das ist geil, das habe ich von Schiff Sengupta, sage genau dazu, damit man nicht glaubt, dass ich der Geniale bin. Und ja, das ist eine schöne Geschichte. Ich lese mal kurz vom Robert nur mehr das, was er am Schluss geschrieben hat. The word adult has two different meanings. One meaning is physiological and age-related, but that is not how I am using that word. I mean adult psychologically. This is rather rare, I find and is a condition that many people are dead set on avoiding, including those who like to misuse authority. Bes electronically. Also er zu beschreibt diesen Erwachsenen und das ist das, was wir in dieser Folge v ads herauskristallisieren wollen. Das ist quasi ein Erwachsenen sein gibt, was die Mehrheit glaubt, es ist und eben das psychologische Erwachsensein. Und Termin also ein super skript um zur vorbereitung ja ja wieso schon vorgesagt hast ihr das lang einfach einfach abgelehnt weil glaubt habe das erwachsen sein hat bourgeois konzept ist und deswegen nicht relevant und letztendlich kann ein kind bleiben oder oder rebell oder was immer aber so in diesem kontext und das sind ja alte leute was diskutieren also robert ist die anderen leidende gruppen sind teils im pensionsalter also da habe er zum ersten mal verstanden das was ich bin ich bin nicht wirklich gewappnet also bin wirklich bereit einfach nicht erwachsen ja mir erinnert er die ganze ganze erwachsen werden ja oft an situation wo es mit erwischt haben beim beim deal mit ein lsd und so wo ich dann echt zwei jahre gefängnisstrafe ausgefasst habe gott sei tagen weil dann eher auf bewährung die letzten drei jahre und ja immer der staat als gesellschaftliche institution versucht da eben ein verhalten zu kontrollieren und und ich selber bin ja da aus sehr wohlbekannten gründen reingekommen in diese situation und wie wir am anfang natürlich irgendein schuldigen gesucht da wie gibt es das überhaupt dass das dass das passiert ist dass da der staat plötzlich setup macht und wieder quasi auch eine menge von lsd verkaufen lässt an den staat selber und das ganze zu reflektieren und und so zu managen ja in der tüche für mich selber das war echt ein gescheiter fetter potzen von diesen also ich habe echt arge zustände kriegt also paranoia nach wie vor teilweise kommt es raus ich habe teilweise ich glaube meine ganze umgebung ist quasi verwickelt in diesen ganzen deal und wenn man aber quasi als erwachsener das einfach anschaut und ganz normal darüber reflektiert dann kommt einfach drauf dass das einfach eine reihenfolge von handlungen war die man selber gesetzt hat da war ihr dabei da war da war großes herz schmerz dabei bei diesen ganzen aktionen und und das einfach wahrzunehmen und 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 zu erkennen dass man da einfach selber der ganze aktörer und nicht irgendwie in der falle reingeraten ist dass das ist für mich so ein punkt wo ich sage okay ich möchte bitte erwachsen werden weil diese ganze scheiße die da vor drei jahren passiert ist die mich jetzt in meiner psyche nicht dauernd in irgendeinem paranoia automat abrennen lassen sondern einfach sagen okay jetzt passt es wieder das heißt eigentlich dass sie einfach nur meinen eigenen scheiß kümmern muss das heißt alles was ich mein leben mache das hat mit mir zu tun und ich brauche mir nicht um irgendwelche sachen kümmern wenn man ich bin da natürlich ziemlich radikal und sage ich kümmert mir gar nicht um irgendwelche gesetze aber das muss man auch nicht wirklich machen also wir gesetze sind einfach da um sie zu brechen das ist mein standpunkt und wenn ich trotzdem einfach weiter gehen mein leben und sich okay ich kann sachen machen und hat fehler gemacht habe wie zum beispiel mit erwischen lassen von der polizei fast einspielen lassen da muss einfach auf den grund gehen und sehen okay warum bin ich da reingekommen überhaupt und das ist in dieser situation und der grund war für mich ganz klar ich wollte einfach ein bisschen mehr kohle haben das ist ganz einfach zu sehen damals wird der aktien kaufen noch okay investiert ist und das gehört vercheckt ist und das und dann kriege ich das und das ein bisschen mehr raus und das tut dann auf zeiten und das in aktien rein das heißt ich habe eigentlich durch gier von meiner eigenen gier die natürlicher kindliches menschliches und tierisches grundbedürfnis ist meine inkubin und bisher fisch und wo es außer reis und 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 nicht mehr aufhören kann weil einfach von hunger hat dann ist es die gier und dann gehört man halt nicht gierig sein weil geld kannst du so nicht fressen ja die situation sich ein bisschen parallel bei mir mit schwierigen erziehung man wollte einfach voll durch extrem viel begierde und dann gleichzeitig auch noch schutzbedürfnis wie war sich ein kohlen wie raupe und dann ganz verwundert war dass mir dort der ganze der ganze schlafsack weg gerissen wird und ja meine erste reaktion war hauptsächlich mir das opfer von mir selbst darzustellen pech schlimme frau und so weiter aber im zuge des erwachsenwerdens also stellt sich raus dass alle probleme meiner seiten sind meine probleme und nicht irgendwie durch andere leid verursacht sondern die sind durch den sammeln im geist entstanden und ja also die die hocken wird größer sagen wir so wird immer mehr also je länger dass man schleifen lässt desto komplizierter wird das ist ja das unglaubliche wenn die menschen der ja mit 18 19 20 eigentlich wirklich mehr eigentlich die handgriffe die notwendig notwendig sind in diesem leben eigentlich intus haben sollte von autofahren bis zähneputzen aber erst dann wird es wirklich kompliziert also weil das ist das baut sie als türen zu es auf dieser innerlichen konflikte konditionierungen es wird nicht leichter weil der körper nicht besser wird ja vor allem der körper der der tue die ganzen konditionierungen und diese ganzen ja disharmonien wirklich speichern ja das ist ja tatsächlich so dass er durch durchs denken von irgendwas entsteht in der handlung und 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 der körper dort ist einfach in sich aufbauen ja das heißt wenn ich mir jetzt irgendwie ja wenn ich jetzt einfach nur mit meinem geschichte erzählen wenn ich wenn ich mich zurückerinnerte wie es mich da recht erwischt haben in dem moment ja wenn auch kiva rati einfach immer nicht bin zwei meter zehn aber wenn der fast so großes wie aber dreimal so schwer recht und mit handschellen und hinten in der hosentasche die puffen eingesteckt hat dann warst du einfach okay jetzt ist ende gelände und da habe ich mir einfach ja so wie es gelernt habe und konditioniert worden bin in vipassana einfach in einem meditativen zustand versetzt mein hirn hat aber voll weiter kratert das hirn war einfach natürlich auf turbo boost eingestellt wo es ist aber prasselt und der körper hat natürlich dann das ist einfach irgendwie verarbeiten müssen ja weil eigentlich natürliche reaktion ist einfach denn einfach trotzdem bekämpfen und ins gesicht eine schlange weggerennen der körper wird seiner situation heraus aber wenn der geist einfach so stark ist und einfach sitzen bleibt im körper sitzen bleiben los vielleicht nur kurz sagt ich sage jetzt nix oder so hat die polizei aber der körper der der die ganzen emotionen quasi einfach dann speichern zack bumm krach und das ist das was was er dann einholt er macht sein körper kaputt durch sein durch sein eigenes komplexes wesen hat eigentlich und möchte dann darauf zurückkommen weil im endeffekt was 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 beim erwachsen sein dazu gehört für mich zumindest ist sich helfen lassen das heißt die musik erkennen wer ist eigentlich wirklich erwachsen wer wer kann mir helfen bei sachen wo ich wirklich ausstehen wenn jetzt wenn ich jetzt zurück denke wie es mir gegangen ist und wo ich mir dann dachte ich muss mit dem alles selber fertig werden aber das stimmt ja nicht ja man ist ja in einer gesellschaft drinnen man hat freunde man bekannte es gibt profis die ihnen da helfen und zum erwachsen sein gehört für mich einfach dazu dass man nicht nur einfach versucht erwachsen zu sein sondern auch Hilfe annehmen wenn man sagt ok jetzt sagt er jetzt mal was wenn man das besser machen kann das leben ok das steht mit meinem skript drin deswegen vorwärm ist eigentlich dieses gedicht da das habe ich noch gar nicht so check ist es das vom markus das hat uns der markus geben unser geliebter illustrator das dicht stufen das passt ja auch sehr schön wie jede blüte welkt und jede jugend dem alter weicht blüht jede lebensstufe blüht jede weisheit auch und jede tugend zu ihrer zeit und darf nicht ewig dauern es muss das herz bei jedem lebensrufe bereit zum abschied sein und neu beginne um sich in tapferkeit und ohne trauern in andere neue bindungen zu geben und jedem anfang wohnt ein zauber inne der uns beschützt und der uns hilft zu leben wir sollen heiter raum um raum durchschreiten an keinem wie an einer heimat hängen der weltgeist will nicht fesseln uns und engen er will uns stufen stufe heben weiten kaum sind wir heimisch einem lebenskreise und traulich eingewohnt so droht erschlaffen nur bereit zu aufbruch ist und reise mag leben der gewöhnung sich enttraffen es wird vielleicht auch noch die todesstunde uns neuen räumen jung entgegen senden das lebensruf an uns wird niemals enden wo landen herz nimm abschied und gesunde das ist echt schön das kann der hermann da gibt es ja zitat was ich letztens gelesen habe das heißt staunen oder flaunen staunen oder flaunen staunen mit braunen das ist schön leider nicht dass man politisch werden also mehr gesagt braun also na es geht darum vor dem denken ist staunen oder irgendwie so das heißt man staunt und dann denkt man erst also wahrscheinlich kommt jetzt falsch ips jetzt einfach aus meinem kopf heraus geholt diesen krabursstel aber mein kind oder alles wenn der irgendwann einmal erwachsen wird also der ist echt wie der wird jetzt bald ein jahr alt und was man einfach beobachten kann ist eben das das entstehen von denken und kinder oder der urs der staunt natürlich als erstes und ich habe das jetzt letztens so gelesen irgendwo in einer zeitschrift sieht irgendwie weiß man gesagt dass eben das staunen dem denken vorangeht das kommt nämlich auch vor in diesem gedicht bis dass man nämlich in der im erwachsensein ja trotzdem irgendwo ein kind bleibt oder man gibt jetzt nicht einfach sein kind komplett auf man ist ja trotzdem noch einfach der der geboren wurde das erwachsensein das hat für mich nichts ernstes ja natürlich ist es irgendwo eine ernsthafte angelegenheit immer wieder im leben aber das was wir unter psychologischen erwachsensein irgendwie da jetzt versuchen zu beschreiben da darf einfach dieses kindliche nicht füllen ja dieses staunen und dieses dieses im moment sein ja das ernste ist einfach dass das wir in einer situation sind wo alles geht und sogar noch schlimmer stirbt und also dieses schau ernst egal ob jetzt für kind oder für einen erwachsenen oder für eltern und ja also dies das wie es auch so schön in diesem gedicht von hesse vorkommt darauf lauze einfach das einfach fließen zu lassen bis bis es so fließt dass man nicht mehr mehr lassen muss das einfach fließt das finde ich ist erwachsen sein und da in diesem fluss kann man wieder zum kind werden weil du kannst dich dann mit seifenlasen spielen oder oder durch eine wiesentollen oder einfach herzhaft singen in irgendeine schlucht rein das ist erlaubt und uns ja in der transaktionsanalyse zum beispiel ist ja das also ist nicht verboten dass man zum beispiel aus dem kind ego agiert zum beispiel künstler ist das ganz ganz super die ganz bewusst ins kindliche ego zu begeben und dort die die meiste kreativität haben die meisten poetischen einfälle also das kind abschaffen das ist glaube ich nicht der sinn und zweck dieser sendung gut dass man das einmal festgehalten haben weil das war ja so ein bisschen da für mich lebenslanger kampf da irgendwie erwachsen zu werden befürchtet dass man dann aufhört der zu sein dem eigentlich immer war nämlich ihn zu lustiger gemütlicher leibernde haberei ja eigentlich aber das was du meinst ist glaube ich mehr das eltern das eltern ego was machst du jetzt genau also zumindest in meinem verständnis ist es so dass es das ist wirklich verknöcherte was immer recht haben muss immer die leute sagt was zum tun ist was immer moralisch überlegen ist immer die meinung durchdrucken muss dass das wird in der transaktionsanalyse als eltern ego bezeichnet also das ist nicht das gleiche wie das erwachsene ja das stimmt darum das habe ich immer verwechselt noch okay mein lieber jetzt sind wir eigentlich durch unseren thema oder ja sicher also jetzt haben wir ziemlich viel geredet immer wieder mehr und 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 ich hoffe dass man es das mal ein bisschen mehr verstanden hat also wir versuchen ein bisschen qualität reinzukriegen ich glaube da haben wir schon ein bisschen durcheinander drin gehabt ok bin einverstanden dass wir da durcheinander drinnen gehabt haben immer wieder aber das ist trotzdem das ende für den podcast hat ja jetzt möchte ich vielleicht zum essen einladen willst du was essen ja ich hätte ich hätte den hunger ja freu mich dann spüren wir kurz und und ich mache schon mal die augen zu bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis bald